Vielleicht finden wir es als Tier ganz nett, aber es ist wahrscheinlich nicht die Endstation. Blümchen, brauche ich nicht sammeln. Habt ihr das gesehen mit den Blättern? Richtig cool. Da merkt man halt die Liebe zum Detail tatsächlich, dass alles auf uns reagiert und so lebendig wirkt halt auch. Oh, gucke mal da. Ist hier noch irgendwas? Nee. Sehr schön. Fokussieren. Ist das wichtig? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Wir machen es mal vielleicht. Also, bleh. Halte er. Was? Nochmal. Hm, okay. Da war Leertaste für Rollen, aber der rollt irgendwie nicht. Okay, wo komme ich denn hier aus? Muss ich mir nochmal angucken. Ich will natürlich auch nichts verpassen. Was ist, wenn wir hier hinlaufen? Ähm, dann bagen wir fest. Oh, schweigen gerade. Okay. Also war aber wieder hier, ne? Ach, weil die Löcher nebeneinander sind. Ja, okay. Aber, was ist denn da hinten, was wir jetzt verpassen, weil wir hier lang gelaufen sind? Gucken. Ähm, nein. Das wollte ich. So. Ach so. Ja, komisch. Ich glaube, wir sollten durch den Bau. Ich weiß auch nicht. Allgemein, die rennen ja auch noch weg. Die wollen das überhaupt nicht. Das ist aber nicht nett. Naja, so, wir gehen jetzt sehen. Oh. War eben den Stein weggeschossen. Okay. So. Lassen wir dich auch direkt schon wieder frei, mein Kleiner. Können wir da durch? Ja. Oder auch nicht. Nein. Wir sind zu fett. Als Wombat wär's bestimmt gegangen. Na, komm. Jetzt da geht's nicht weiter. Und tatsächlich hier. Gucken wir mal, wo die Stadt des Lichts ist, ne? Sieh mal, das sind wohl wieder die Banditen. Mhm. Leuchtet da was? Es ist nur Licht. Ich hab auch schon länger kein Relikt mehr gesehen. Ich hab immer Angst, dass ich alles übersehe. So gefühlt schon an Zehen vorbeigelaufen oder so. Wär natürlich nicht gut. Ich möchte ja schon so viel mitnehmen, wie geht. Geht wohl da hinten weiter. Wir gucken uns da mal hier oben alles an. Scheint aber auch nichts dabei zu sein, ne? Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Ist auch nix. Was treiben die da? Okay. Okay. Die werfen irgendwas in den Fluss. Ist hier eine Höhle vielleicht? Nein. Ah. Kamera. So, jetzt. Okay, wir werden also runter müssen. Aber ich guck mal. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ist ja jetzt hier runter, ne? Oh. Okay. Ist eine blöde Idee. Da hinten ist noch eine einsame Gans. Oh, ist die gar nicht hier? Doch, da. Jetzt hast du verloren. Tappen zum Flattern. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, wir müssen das mehrmals drücken. Ah, ich laufe. Was ist das? Ah, wie süß. Das müsste uns doch nichts ausmachen, oder? Huh. Hello. Wie cool. Flug gelandet. Da gibt's sogar einen schwarzen Enterich. Nö, 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 nö. Oh, Mann. Was sind wir denn hier? Ist das überhaupt erwünscht? Blätter, Blätter. Da kommen wir bestimmt jetzt gleich noch hin. Boah, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht. Oh. Äh, hallo? Okay, also nach... Nach oben fliegen ist schwierig. Plopp. Was war denn da? Oh. Ah. Ah. Das ist nicht wahr, dass das auch geht. Wie geil ist das denn, bitte? Hallo. Sehr geil. Okay, warte. Das können wir aber nicht... Oh, so ein bisschen kann es auch fliegen, okay. Süß. Aber wir müssen da hoch. Ich glaube, das... Also, ich glaube, da oben war was. Ja. Okay. Als Wolf... Ja. Wollte schon sagen, das... Kommen wir da nicht hoch? Ich hatte das... Da ist der Fliegenpilz. Ah, ich muss da reinfliegen. Warte mal. Ja, ja. Ihr Kleinen könnt mir da nicht helfen. Da ist ein Enterich. Oh. Oh. Sie haben den Fluss als Transportmittel für die gestohlenen Fässer benutzt. Aber mit welchem Ziel? Fast. Mist. Wo komme ich denn dann da hoch? Aber wahrscheinlich von da. Warte, von da fliege ich rüber. Also, die können nicht... Oh Gott, da trinkst du? Ich hoffe nicht. Können nicht wirklich fliegen. Also, zumindest kann ich da nicht fliegen. Vielleicht können die ja fliegen. Und mir ist es aber nicht gestattet. So, jetzt aber. Ja. Nein. Ah, okay. Nicht drüber weg, bitte. So. Sehr schön. Knock, knock. Gucken wir mal, ne? Da, die Kuppel, die mich festgehalten hat. Sie ist nicht verschwunden. Sie ist nur größer geworden. Ich kann nicht durch, bis wir sie brechen, Wolf. Wie haben wir das zuvor gemacht? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich gucke mal ganz kurz. Da hinten ist ja wieder das Feuer, also die Erinnerung. Deswegen gucke ich mal eben hier. Genau. Ich vermisse Relikte tatsächlich. Warum sehe ich denn keine? Die haben doch immer geleuchtet. So für einen Idiot wie mich war das immer ideal. Ich hoffe, das ist immer noch so. Nee, hier ist gar nichts. Na gut. Aber sieht das nicht wahnsinnig aus? Hammer. Richtig gut. Wolf, komm zurück. Kann ich da nichts machen mit? Nee, schon da nicht. Okay, ich komme da durch, aber eher nicht. Das ist ja blöd, ne? So, da ist wieder ein Fliegenpilz. Gehen wir mal weiter. Knock, knock, knock. Da bin ich ja mal gespannt. Das Banditenlager. Hast du hier gelebt? Okay. Waren wir die Anführerin? Ja. Ja. Anscheinend warst du ihr Anführer. Oh, was ist da drin? Und wer ist das? Der Name auf ihrem Amulett. da steht Waila. Siehst du? So schlimm warst du gar nicht. Du hast dich um sie gekümmert. Ich bin mir sicher, dir kann noch vergeben werden. Hast du das gehört? Das hat wohl geklappt, Wolf. Komm schon. Auf zur Kuppel. Oh, warum ist es hier denn jetzt weniger schön? Nee, okay, weitere gibt's nicht. Auf zur Kuppel. Die ist da. Ist hier noch irgendwas? Jetzt sind wir komplett aus der Erinnerung wohl wieder raus. Oh, oh, oh. Es tut mir leid. Okay. Dann machen wir so mal kaputt mit Anlauf. Oh, ein kleiner Kulibri. Ja, wie cool ist das denn? Was? Gott. Hä? Okay. Oh Gott. Ich muss die ganze Zeit leertest du. Drücken. Uh. Okay, wir lassen das Beton runter. Ich mach das nur mit der Maus. Ich bin dein Seelenführer, um dich zur Stadt des Lichts zu bringen. Ich will nicht in die Stadt des Lichts. Wir müssen gespürt haben, dass Gutes in dir ist. Natürlich. Deswegen bin ich noch nicht in der Stadt des Lichts. Hallo, das ist ja bei tausendmal cooler, als in die Stadt des Lichts zu kommen. Hier sind wir die Stadt des Lichts zu haben. Jetzt hoard ich die tüßen. Und dann